Herdiem Reparaturzwingen zum Spannen über die Zarge sind durchdachte Helfer für die Fertigung und Restaurierung von Streichinstrumenten. Diese Reparaturzwingen können direkt über die Zarge geführt werden. Unterschiedliche Ausladungen sorgen dafür, dass die Zwinge immer genau die gewünschte Position auf dem Cello- oder Bassboden erreicht. Auch bei hohen Zargen ermöglichen die kurzen Spannweiten einen präzisen, kraftvollen Spannvorgang. Der obere Gummidruckteller ist beweglich gelagert und passt sich der Form von Belag und Beilage an. Die untere Spannbacke ist höhenverstellbar und mit einer Silikonkappe überzogen. Die Silikonkappe schützt empfindliche, lackierte Flächen optimal vor Beschädigungen. Die Bögen der Herdiem Reparaturzwingen zum Spannen über die Zarge sind aus Stahl-Laser geschnitten. Ihre Oberfläche ist mit schwarzem Zink elektrolytisch beschichtet. Sechs unterschiedliche Ausladungen ermöglichen die präzise Ausführung vielseitiger Spannaufgaben an Cello und Bass.